Herzlich willkommen bei Wolf von Thur. Heute wollen wir uns mit dem Thema Achillessehnenruptur beschäftigen, sprich eine abgerissene Achillessehne. Da möchte ich, muss ich ein paar Dinge vorweg schicken. Und zwar ist erstens so, dass eine Achillessehnenruptur eigentlich nie oder zu 99% nicht abrupt passiert. Also der Abriss als solches dann schon abrupt, aber es deutet sich eigentlich meistens über sehr, sehr lange Zeit hin, dass immer wieder Entzündungsprozesse in Achillessehne sind, immer wieder Abheilprozesse, wo die Achillessehne dann nach und nach davon geschwächt wird, Verkalkungen stattfinden. Also einfach die Achillessehne nicht mehr ihre geschmeidige, bindegewebige Struktur hat, die sie haben soll, sondern eben über lange Zeit immer wieder Verletzungen, Entzündungsprozesse, Abheilprozesse und so weiter die Achillessehne so verändern, dass sie dann eben nicht mehr diese Stärke hat, die sie als natürliche Struktur hat. Die kann nämlich Tonnen aushalten und dann eben bei einem Lossprinten oder bei irgendeiner abrupten Bewegung dann plötzlich abreißen kann. Was man auch als Hinweis dazu geben muss, ist, dass das Spritzen von Kortison dazu beitragen kann. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen Entzündungsprozess, der hat eine Ursache, zu viel Spannung in der Muskulatur oder irgendwas, Überbelastung, was auch immer. Und dann spritze ich da einfach Kortison rein und cutte diesen Entzündungsprozess abrupt. Also nehmen einfach die Entzündung künstlich raus, fahrt es runter, dann kommt es eben zu Verkalkungen, die Sehne wird mürber und dann kann es eigentlich erst zu dieser Verletzung kommen. Im Idealfall vorher was tun, vorher die ganze Geschichte geschmeidiger trainieren, viel Beweglichkeit trainieren, um eben das Reißen erst gar nicht zuzulassen. Wenn es aber denn schon passiert ist, dann müssen wir ja auch irgendwie damit umgehen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Also, kamst du diesem Abriss aus irgendeinem Grund von langzeitiger vorheriger Belastung oder was auch immer, dann brauchen wir meistens eine OP, um das Ganze wieder zu fixieren. Gibt es verschiedene Techniken, gibt es so einen genannten Z-Schnitt, wo man quasi die Sehne überlappend so zusammenschiebt, wieder vernäht und da irgendwo versucht, die wieder eine Stabilität reinzubringen. Es gibt verschiedene Spitzfußorthesen, wo man dann versucht, dass die Sehne sich selber findet. Für uns eigentlich relativ egal, mit welcher Technik das versorgt wird. Wichtig ist, wir müssen wissen, dass Bindegewebe, wenn es dann wieder vereint wurde mit irgendeiner Technik, um die drei Monate Heilungsprozess hat. Das heißt, wir haben Bindegewebe eine langsamere Wundheilung als zum Beispiel in einem Muskel oder sowas. Das heißt, wir müssen der sehnigen Struktur erst mal Zeit geben, dass sie fest wieder miteinander verwachsen kann. Was wir dann haben, wenn diese Sehne wieder verwachsen ist, in irgendeiner Form operativ versorgt wurde oder wie auch immer, dass die Sehne nicht die richtige Struktur hat, die sie vorhatte. Also ihr müsst euch vorstellen, das Sehnengewebe hat normalerweise eine relativ klare Anordnung. Das ist dann total kreuz und quer und die Zugrichtung ist einfach nicht vorgegeben in dieser Sehne. Das heißt, sie hat nicht ihre volle Stabilität, die sie vorher vielleicht mal hatte. Das heißt, wir müssen, um dieses Heilen richtig abzuschließen, unbedingt der Sehne wieder die richtige Zugrichtung geben. Das heißt, diese Fasern wieder richtig ordnen. Und das können wir nur machen, indem wir an der Sehne ziehen und diesen ganzen Fasern sagen, wo geht es lang, in welche Richtung muss ich wieder Kraft aufnehmen können. Und das machen wir im Endeffekt mit zwei, drei einfachen Übungen. Die zeige ich euch jetzt. Wichtigste Übung, um quasi die Sehnenstruktur der Achillessehne wieder in die richtige Richtung zu bringen, ist definitiv der Issue hier, also dieser Stein. Sehr viele Leute, die jetzt betroffen sind mit der Achillessehne, haben Angst, die dann zu machen, weil sie sich natürlich sehr intensiv anfühlt. Ihr hört vielleicht schon aus meinen Worten raus, es fühlt sich zwar intensiv an, ist aber eigentlich von der Belastung relativ harmlos, weil wir haben hier, wenn wir mit beiden Füßen uns festkrallen und da in der Achillessehne arbeiten und in der Wadenmuskulatur oder in der hinteren Kette arbeiten, haben wir halbes Körpergewicht, was wirkt. Halbes Körpergewicht ist für eine Achillessehne eigentlich ein Witz. Das heißt, wenn wir eine Treppe runtergehen, wenn wir irgendwas machen, wo wir losrennen, wo wir sprinten, wo wir springen, wo wir irgendwas machen, was jetzt das Körpergewicht schnell bewegt, haben wir ein Vielfaches des Körpergewichts. Das heißt, hier sind wir eigentlich sehr, sehr moderat unterwegs. Deshalb sollte in jedem Trainingsplan vor einer Ruptur oder auch, wenn schon eine Ruptur da ist, unbedingt der Ischio mit stattfinden. Wichtig natürlich nochmal vorab, wenn die Achillessehne gerissen war, der eigentliche Heilungsprozess sollte abgeschlossen sein und ihr solltet dann von eurem Arzt schon irgendwo eine Sportfreigabe haben, bevor ihr an die Übung rangeht. Dann ist aber absolut unabdingbar, die Wadenmuskulatur wieder weich zu machen und die Sehne eben wieder in die richtige Zugrichtung zu bringen. Übung geht folgendermaßen, wir krallen uns oben fest mit den Zehen, dann Fersen tief. Das ist eigentlich schon mal der erste Start in die Übung. Das kann am Anfang so erstmal intensiv genug sein für euch. Knie bleiben auf jeden Fall immer gestreckt, weil die Wade eben auch im Knie beugt. Das heißt, wenn ich das Knie nicht strecke, habe ich nicht die volle Intensität der Übung. Dann später hier nach vorne unten arbeiten. Das ist eine Geschichte. Und wenn ihr jetzt nochmal steigern wollt oder wenn ihr euch da sicherer fühlt und der Wade oder der Achillessehne einfach nochmal einen zusätzlichen Reiz geben wollt, dann kann es mal sinnvoll sein, auch einbeinig zu arbeiten. Dann habe ich jetzt das einfache Körpergewicht, statt nur das halbe auf der Achillessehne lasten. Also schon mal doppelt so viel. Kann damit nochmal intensiver den ganzen Fasern die Zugrichtung vorgeben. Und wenn die Heilung soweit abgeschlossen ist und ihr schon eine Zeit lang mit zwei Beinen geübt habt, kann es eine sehr sinnvolle Ergänzung sein, um eben nochmal Sprunggelenken beweglicher zu kriegen, die ganze Kette beweglicher zu kriegen und die Achillessehne einfach nochmal geschmeidiger zu kriegen. Ergänzend zum Ischio, was ich absolut als wichtigste Übung sehe, könnt ihr sehr, sehr gerne noch im Spagat arbeiten. Da seid ihr einfach nochmal in der hinteren Kette unterwegs. Ischio-Korale Muskulatur wird entspannt, was dann indirekt auch wieder sehr viel Wirkung auf die Achillessehne direkt hat. Also Spagat sehr gerne einbauen. Was ich euch zusätzlich auch empfehlen würde, gibt es auch viele Videos dazu, ist den Hip mit einzubauen oder Kniestandübungen, weil sehr, sehr oft im Vorfeld, dass es überhaupt zu einer Achillessehne-Schädigung kommt, auf der Gegenseite die Hüfte mit sehr viel Spannung irgendwo belastet ist und dann oft irgendwie im Gangbild oder im Laufbild irgendwas nicht stimmt. Dementsprechend bitte vielseitig im Pfeifbereich arbeiten, die Hüfte frei machen, nicht nur isoliert an der Bade arbeiten, aber Ischio-Bade, was ich euch gerade gezeigt habe, ist definitiv das Fundament, um die Achillessehne wieder 100% gesund, geschmeidig, weich zu kriegen, sodass ihr später dann auch wieder allen Sport machen könnt, wie ihr es gewohnt seid. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, nicht zu früh zu extremen Belastungen wieder reingehen, also wenn ihr vorher Marathonläufer wart, die Heilung ist abgeschlossen, nicht sofort wieder ganz oben im Pensum einsteigen, sondern erstmal schauen, Gewebe gesund machen, weich machen, die Belastungsfähigkeit der ganzen Strukturen wieder herstellen und dann wieder in die Belastung nach und nach reingehen und wieder steigern, dass ihr wieder auf altes sportliches Niveau kommt. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Gerne ein Like dalassen, kommentiert mal, wie eure Erfahrungen sind oder wenn ihr jemanden habt, für den das Video interessant sein könnte, gerne verlinken oder teilen für die Leute, dass möglichst viele das erreichen. Liebe Grüße aus dem Rückgrat Donner-Eschingen. Tschüss.